Da Sie unser einziger Agent am Boden sind, müssen Sie das Lager infiltrieren und die deutschen Geiseln orten. Sobald Sie deren Position per Funk gemeldet haben, wird Anwendungseinheit 1 mit dem Sturmangriff beginnen. Sobald Sie den Gegner auf keinen Fall vorher an. Sobald Sie in der Gäuble ist, was Sie verdet. Juraría que he oído algo. Verstetigt. Position der Geiseln geprüft. Sturmangriff wird eingeleitet. Verdammt! Einer unserer Männer liegt am Boden. Vereilig! Wir kriegen gleich alles in die Luft. Schnell, schnell! Scheiße! Hier ist alles vermieden. Haltet eure Tausendungen und warten auf Stolperdrähte. Achtung! Schnell, die Stoff fallen auf dem ganzen Gelände aus. Achtung! Wir bleiben hier und beschützen die Geiseln. Ihr geht vor und bahnt uns einen Weg zu den Dops. Wir bleiben hier, die Stoff fallen auf dem Gäuble. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! UNTERTITELUNG Das war's für heute. 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 Das war's für heute.